ja servus hallo ich grüße dich der helmut ist hier heute mit einem spezial video warum ein spezial video vielleicht hast du ein video vorher schon mal gesehen ich war jetzt dann auf der suche nach einem planschbecken einmal und da hat es auch einige begeistert gegeben die direkt das gesponsert haben gesagt haben helmut hier ich sponze dir das planchbecken kauf das planchbecken ich will dich eisbaden sehen ich mache das aber nicht weil mich jemand anderes eisbaden sehen möchte sondern weil eisbaden eigentlich gerade jetzt in der zeit von corona das ist eine von eisbaden nicht eisbaden gibt es schon lange ich komme vom fahrkassee und als ich ein kind war da gab es einen der hat immer im winter sich ein loch reingeschlagen in den in den see und hat darin gebadet und die komplette gemeinde hat gesagt das ist ein idiot ich habe damals nie als hat jeder gesagt ist ein idiot jeder hat gesagt der typ war 50 jahre nicht mehr krank aber ist ein idiot habe ich irgendwie nie richtig diesen bogen habe ich irgendwie nie gekriegt warum der ein idiot ist aber nie krank also da habe ich irgendwie nicht verstanden und der wim hoff hat das mehr oder weniger publik gemacht beziehungsweise mit seinen eigenen methoden mit atemtechniken und so weiter also nicht nur leines eisbaden mit 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 einer gewissen atmung dazu auch und so weiter und der hat auch wissenschaftlich nachgewiesen auf universitäten die haben den alle möglichen viren in direkt in die blutbahn gespritzt und haben den gemessen und das hat dem überhaupt nichts ausgemacht überhaupt nichts da hat überhaupt nicht reagiert mit seinem körper auf die verschiedensten viren wo andere leute schwer krank werden und auch daran sterben an den grippe viren und deswegen gerade in zeiten des kobe ist das im prinzip das beste das du machen kannst richtige atmen atmung und eben eisbaden weil nix anderes kann deine adern trainieren also die adern die gehen ja auseinander und gehen zusammen ich glaube die gehören zur glatten muskulatur wenn ich das noch richtig in erinnerung habe und die unterliegen ja nicht unserem willentlichen einfluss sondern dem unbewussten reagiert darauf wenn der körper eben wenn es heiß ist gehen die adern auseinander wenn es kalt ist gehen die zusammen das ist auch der grund warum die leute beim hitschlag ohnmächtig werden wenn die gefäße sich so weit erweitern dass einfach zu wenig blut im körper ist wird den schwindelig und dann werden die ohnmächtig und durch das eisbad zieht sich das eben zusammen und das ist eben ja die beste methode lauten wim hoff sein vaskuläres system zu trainieren und ja genau das möchte ich heute machen und dir das auch nicht nur vorstellen vorgestellt habe ich dass er das eisbaden nur selber aber heute auch mit den atemübungen weil die atemübungen sehr starken einfluss haben sollen auf dein ganzes system und vielleicht ich weiß es nicht wie starkes einfluss aufs eisbaden hat und man deswegen länger im eiswasser sein kann könnte sein der wim hoff sagt irgendwie dadurch reguliert oder dadurch bleibt der körper oder kann das besser regulieren dass der körper länger warm bleibt er hat ja auch so welt rekorde dass der eben im eis war komplett im eis und stundenlang im eis mittlerweile hat den glaub ich in österreich über überboten mit der länge wie lange das erste im eis ausgehalten hat keine ahnung zwei stunden oder so und die körpertemperatur war noch immer eben nicht abgesunken war wie das normalerweise sein sollte also deswegen ich kann nicht genau jetzt an dem wissenschaftlichen zusammenhang erklären aber auf alle fälle es tut ja gut du merkst das auch die atmung tut dir gut ich habe leider wirklich leider blöderweise jetzt ich glaube ich zeitig aus shiang mai weg bin bin ich sehr sehr ich glaube ich habe fast keine atemübungen mehr gemacht ich habe viel atemübungen während dem joggen oder während dem trainieren gemacht im fitnessstudio ich war im bata ja keine ahnung zwei dreimal im fitnessstudio viermal vielleicht im fitnessstudio und seit ich jetzt vom bata ja weg bin hier gar nicht mehr weil es wegen an corona gar nicht mehr geht und nach wirklich selber viel zu wenig ich war auch hier gestern war ich hier mal laufen es war auch cool bei der schule da habe ich auch gesehen da haben sie auch jugendliche getroffen das ist echt geil dass hier nicht die polizei einschreitet da treffen die sich und spielen gemeinsam fußball noch also weil er dieses diese quarantäne ist ja was man auch davon halten kann ich finde es cool dass sich junge leute noch ein bisschen treffen können sonst versauert der komplett irgendwo in einer bude so und ich werde das hier machen ich habe hier vielleicht gleich vorweg ich habe kein blanchbecken gekauft weil ich ja haushalten muss das blanchbecken es ging mir darum es wäre hier sonst auch ein großes becken gewesen aber ich muss das eis kaufen eis ist übrigens teuer geworden kostet hier zumindest ich weiß nicht vielleicht nur für mich der sack 40 watt mittlerweile ich glaube auf kopang haben 25 nur gekostet in irgendwo auf alle fälle 30 und wenn ich jetzt dann keine ahnung zu viel wasser habe dann muss ja extrem viel eis kaufen wenn ich jetzt dann in der schule da so in mathematik das richtig berechne wenn jetzt sagen wir das eis minus zehn grad hat und ich habe 20 kilo eis und ich möchte wasser haben mit 0 grad wenn ich dann 10 grad warmes wasser dazu schütte 20 liter dann habe ich 40 liter auf 0 grad in etwa oder und das wäre aber wenn du jetzt an irgendwo im pool hast mit ein paar hundert liter schon dann brauche ich relativ viel eis sagen wir es mal so damit ich auf ein zirka 0 grad inkomme deswegen habe ich hier mir einfach so nur die die tonne die wird herausreichen ich habe probiert ich kann da rein in die tonne in die hocke rein in die tonne haben wir hier das eis gekauft das ist heraus und andere ist da drin damit komplett zusammen schmilzt in der zeit jetzt an dass sie es schon wahrscheinlich ein bisschen zusammen geschmolzen und wir werden anfangen mit den atemübungen die atemübungen sind drei runden und die sind wirklich gewaltig gewaltig es hat mir auf kopangen fand ich es überhaupt am besten es war in shiang mai das war also mit so einem typ so ein bisschen so ein selbsternannten guru der hat so unbedingt ja wie im hoffen mit der hat glaube ich auch die ausbildung gemacht beim hoffen aber so weil die atmung auch das hat so mit dem reversing zu tun das ist ja extreme oder kann auch eine extreme psychotherapie sein sogar als auch wie das wie börsen weil du da wirklich zu sich emotionen lockern können von denen du gar keine ahnung hast die erfahrung hatte ich eben in kopangen beim reversing und auch eben beim eisbaden zwar wirklich also ich habe beim 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 atmen beim eisbaden sind mir emotionen hochgekommen von dem ich vorher oder das war gar nicht beabsichtigt sondern es ging einfach nur ums atmen deswegen das atmen sehr sehr gut wenn emotionen vielleicht sollte ich das dazu sagen ist ja auch ein tutorial wenn emotionen bei dir hochkommen lass sie einfach zu ich glaube dass die beste methode ist die einfach zu beobachten beobachte dich selber wie du dich fühlst stresst dich nicht und fertig das ist etwas ganz ganz wichtiges dich selber nicht noch zusätzlich zu stressen was ist jetzt passiert sondern einfach alles ist gut so wie es ist uns einfach bewusst zu beobachten wie es sich anfühlt was so vor sich geht kurz zur atmung generell jetzt noch einmal vorweg es ist die methode so wie es auch der wim hoff macht mit der atmung die finde ich sehr sehr gut die habe ich auch sehr oft beim training angewendet und er hat jetzt ein neues tutorial das ich persönlich nicht so gut finde und ich glaube das ist auch das allerwichtigste generell bei allem was du machst im leben ist selber das eigene hirn einschalten wenn du sagst na das passt für mich nicht das fühlt sich nicht gut dann dann mach so nicht so wie das tutorial dass er jetzt an das neue hat in meinen augen viel zu schnelle atmung komme ich gar nicht klar damit funktioniert bei mir gar nicht da bin ich einfach danach nur ich hab's gemacht bin danach einfach nur über stresst und es bringt nichts und deswegen das sage ich dir aus erfahrung weil ich ja früher mich immer rein gezwungen habe auch bei hypnose durch das gelernt habe die haben jeder hat zu sein fixen ding und dann hat das nie funktioniert und das allerwichtigste ist mit auf dich selber zu hören und dann funktioniert auch also jeder hat einen anderen rhythmus beim atmen der eine schneller der andere langsamer um sich wohl zu fühlen deswegen musste auch für dich selber das war auch vielleicht in in koppangan weil es ja doch eine gruppe ist dann hast du gemeinsames atmen und in shiang mai bin ich wahrscheinlich auch nicht mit dem rhythmus mit gekommen und auf koppangan war wahrscheinlich der rhythmus für mich sehr sehr gut deswegen einfach den rhythmus für dich selber für dich selber nehmen ja das kurz vorweg und nun ich werde mir hier eine matte hier her machen werde das ganze filmen wie ich hier liege wie ich atme beim atmen hier ich habe ja vielleicht verlinke ich das also auf meinem zweiten kanal einmal ein tutorial atmen hat sehr viel mit mit meditation zu tun in dem fall nicht in dem fall wenn ich beim atmen mit meditation rede dann dann ist es gut wenn du eine kleine pause zwischen aus und einatmen hast und hier bei der übung macht man es nicht man atmet flüssig durch also wie beim reversing so dieses ich glaube man nennt das dann eben das zyklische atmen ohne dass du pause hast sondern einatmen ausatmen einatmen ausatmen ich zeige das aber eh noch einmal vor wenn ich hier liege wie ich das mache das ist immer 30 mal einatmen und ausatmen dann eine pause wo du während du ausatmest also du atmest aus und nach und außen atmen machst du eine pause ohne einzuatmen das hat den kopern gar eben funktioniert länger bei mir als anderthalb minuten da war ich sehr stolz drauf wie lange es jetzt funktionieren wird weiß ich nicht meine freundin wird daneben sein und mich mir das stoppen damit ich da zumindest eine eine richtung habe bis auch das gleiche eben wenn die leute sagen es muss eine minute geht eine minute wenn es nur 20 sekunden geht dann geht es eben nur 20 sekunden und dann sollte man damit auch zufrieden sein und genau so ist es gut auch super 20 minuten weil es deine bestzeit ist wenn es zwei minuten sind das ist auch cool das ist auch super bestzeit und danach atmet man ein nachdem also wenn du jetzt sagen wir mal eben eine minute ausgeatmet so hat mir und dann atmest ein voll einatmen und beim einatmen das ist eine theorie von der atmung dass die bauch lunge und kopf geht und wenn du einatmest komplett dann versuchst du so zu sagen die luft im kopf zu haben und drückt auch so ein bisschen für circa so 15 20 sekunden 15 glaube ich sollte man es machen oder so die die vorgabe glaube ich vom wien hoff dass du wirklich so ein bisschen den druck im kopf hast und dann atmest du aus und dann geht es wieder los in die nächste runde eben einatmen ausatmen einatmen ausatmen 30 mal dann wieder werden wenn du ausgeatmet hast solange es geht wenn du merkst okay ich muss jetzt der körper verlangt wieder zum einatmen einatmen voll ein drücken so dass du merkst der sauerstoff du bildest da eigentlich halt ein aber der sauerstoff kommt ja auch im kopf dass der im kopf ist und dann ausatmen und dann die nächste runde okay so also ich breite mir jetzt an hier vor matte und so weiter wir sehen uns gleich also nun sind wir hier ich sitze hier auf einer matte also du siehst man kann es überall machen bei jeder gelegenheit hier der pick up steht neben mir die straße ist neben mir es sind die gegebenheiten so wie sie sind und man kann das eben praktisch der faktor überall machen ich habe hier sauer das ist eine kleine strommatte und polster ist gut ich werde jetzt ganz kurz erklären wie ich wie ich einatmen und was ich eventuell mache ist man kommt es geht ja ums konzentrieren auch die hauptsächlich auf den atem zu konzentrieren und ich sage mir also ich bin nicht so der mantra typ generell so mit den mantra leuten kann ich nicht so viel anfangen aber wenn ich so einatmen dass ich zum beispiel sage ich vertraue meinen zellen aber da das hier sagt holistisches ist ist das so also eben ohne pause ist und so weiter nicht und so weiter ohne pause ist zwischen ein und ausatmen ist das weniger aber das ist so ein gedanken also was du dir sagt was du dir vielleicht denken kannst was ich manchmal mache eben okay so dass ich sowas war klassischer teilländischer die mache ich jetzt weg beim einatmen nach der methode von win hoff ist es folgendermaßen du atmest zuerst also es geht ja generell sehr viel um die bauchatmung dass du eben in den bauch einatmest zuerst die ersten 30 bis 50 prozent also bisschen weniger als die hälfte im bauch und dann in die brust nicht in die brust zuerst zuerst in den bauch so und dann in die brust und mit der brust auch kann man sich immer vorstellen man atmet in den kopf hinein und dann und dann ausatmen gleichzüglich zuerst bauch und dann brust also das heißt noch ein atem zyklus vielleicht jetzt langweilig wenn du mir jetzt an zuguckst dass ich jetzt einfach nur 30 mal einatmen und ausatmen und danach ist eben wie gesagt die pause beim letzten mal ausatmen solange es geht einatmen 15 sekunden und man den druck so ein bisschen hält im kopf und damit ausatmen und dann gezweifern also freue mich auf alle fälle dass du mit dabei ist mach's mit zu hause ich würde das echt empfehlen zu hause das wahrscheinlich ja badewanne leider habe ich hier keine badewanne bekommen das wäre eigentlich so das beste für mich gewesen so mein darin sie wird die zeit stoppen 20 kann naja und noch etwas nicht ausbrechen nicht den atem raus lassen aus der brust nicht nicht aktiv alles ausatmen sondern einfach nur gehen lassen voll einatmen aber beim ausatmen einfach nur gehen lassen dann kriegt ja Was ist das? 2, 2, 7, 2 Start Thierak, anir Start 1, 2, 3 Reise it? Nein, anir nicht 1, 2, 3 Start now 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 3, 4 2, 3 1, 2 1, 2 2, 3 2, 1 1, 2 1, 2 Ich hab noch nicht fertig. Das ist das Problem nicht fertig. Kannst du nicht? Nein. Ich habe gesagt, dass ich die Zonen habe. Oder? Zonen. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe es 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 gemacht. Thailändische Wim Hof Methode. Ich mache jetzt einfach weiter mit der zweiten Runde. Ich weiß nicht, wie viel es war. Ich kann es nachher einmal checken. Ich dachte nur, es müsste jetzt schon über halbe Minute sein. Aber wie egal. Egal. So. Okay. Wenn der Vormheizer sehr leer kommt. Ja. Okay. Die ist auch daneben. Das kannst du aber den Thailändern nicht beibringen. Deswegen sind die ja nicht so am internationalen Arbeitsmarkt. Das ist mal nicht so. Da ist man nicht so pekig. Ich habe es von dir. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, 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 dass ich Stop, stop, na? Stop, stop, stop. Stop, stop. Stop, stop. Stop, stop. Stop, stop. Not many. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war jetzt die Atemübung Was ich vorher vergessen habe, auch zu erwähnen Das ist, was jetzt auch bei mir so war Dass es kommen kann, dass es irrsinnig kribbeln anfängt Oder sonst irgendwas Oder dass du irgendein Pumpern irgendwo in deinen Extremitäten, in den Fingerspitzen oder so fühlst Oder genereller kribbeln oder ein heißes Gefühl oder sonst irgendetwas Das ist einfach ganz normal wahrnehmen und weiteratmen Ohne sich darauf jetzt so zu konzentrieren Sondern einfach viel mehr auf die Atmung sich konzentrieren So Das war es jetzt Trotz thailändischer Zeit Eigentlich wäre es egal gewesen Da habe ich mir jetzt gerade gedacht Ich hätte ja dann Weil ich will ja wissen Irgendwie ist es gut auch Wenn man so vielleicht jemanden hat Der sagt, jetzt ist eine Minute vorbei Aber das hat nicht gut Sinn Wie hat auch wieder von vorne angefangen dann Jetzt ist 30 Wo ich gesagt habe Ja, 70, 80 Aber ist okay Sehr viel Glück Sehr gut Da sind wir jetzt auch wieder bei dem, was der Goethe gesagt hat Treat a man like the way he potentially could be You make him the way he could be If you treat him the way he is You make him worse Also Meine Philosophie So Und nun geht es ab ins Eisbad Junge Gerade heute ist es nicht so heiß Ich kann mir tatsächlich vorstellen Dass mir richtig kalt wird Wenn ich da reingehe So Wo ist jetzt mein Tierrack My Darling Oh my Darling Jetzt hat die fertig gegessen Jetzt ist die weg Oder Die hat ja hier gegessen die ganze Zeit Und Deswegen sind die nicht so beliebt Darling Yang Mei said Yang Mei said Darling Ich glaube, ich habe nie die Bahn, oder? So, und jetzt haben wir die zweite Kamera da mal dazu gestellt. Man weiß ja nie, was schief geht. Ist nie falsch, wenn man zwei Kameras hat. Bei der einen geht die Batterie aus, beim anderen ist vielleicht ganz einfach nur so. So, ja super cool. Freut mich, dass du dabei bist hier, das Eis, das erste ist. Wir haben hier so Wasser drin. Also ich habe jetzt sagen wir mal die Tonne hier so halb gefüllt. Das ist glaube ich 300 Liter so das Fass. Also haben wir jetzt dann fünf Säcke von denen geholt. Oh, mein Bruder, ich spüre schon kalt. Wie gesagt, ich spüre kalt. Lustig, genau leer. Du musst ja schon nicht schädigen. Ich holt mir immer die halben Gesichter weg. Hallo, allein. Lustig, genau. Ja. Seit ich die Klimaanlage habe, weiß ich auch wie es sich anfühlen kann, kalt. Dass da nicht nur heiß ist. Sam, Sam, du siehst du nicht. Ich bin das Eis. Alter. Siehst du hier, kommt da schon die... Das ist richtig kalt, ne? Das ist schwierig aus der... Also die Nante ist eigentlich die kleine Schwester. Ich glaube die ist... Jetzt haben wir blöd gesprochen, aber echt ein besserer Kameramann. Also frisch zubereitet, frisch zubereitet, kaltes Wasser. Ich glaube das ist bestimmt das kälteste. Denn ich habe mich oft gefragt, auch in Chiang Mai und in Copangana, ob es wirklich so kalt ist. Weil ich weiß noch, wo ich einmal in den Farkersee gesprungen bin. Das war November. Nein, Oktober. Im Oktober. Und da konnte ich nicht atmen. Obwohl in Chiang Mai, muss ich sagen, das erste Mal glaube ich, da halt so ein... Hat es sich für mich am kältesten angefühlt. Alter, das ist richtig fettes Eiswasser. Das ist ja auch jetzt hier ein richtig hoch gestiegen. Leck mir am Arsch. Schau, Mömei. Nein. Man auch mag. Ja. Alter. Ich bin immer... Wie soll ich wirklich noch den nächsten Sack? Guck dir hier an. Das ist ja richtig so... Ich greife da rein und ich erfriere fast. Leck mir am Arsch. Ich bin mir da nicht so sicher. Hey, guck dir das mal an. Das ist ja richtig alles. Boah. Boah. Darling. Ich glaube, der Versuch geht da nicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Junge, Junge. Ich überleg gerade, wenn ich da rein gehe, wird das wahrscheinlich eh bis oben hin. Ja, aber es ist wurscht. Haben wir den nächsten Sack. Das ist ja ich nicht mehr. Ach ja, komm, oder? Haben wir ja im alten Sack. Ich kann ja im alten Sack auch eine haben. Sollte vorher noch mein Testament machen, wie hat er ich schon mit dem... ... war ich in der Nähe. Sollte vorher noch mein Testament machen. Ich höre dir die... Sollte vorher noch mein Testament machen. Ich höre dir die... Ganz im Ernst, ich frage mich jetzt wirklich, bin ich da verarscht worden? Bin ich da verarscht worden? In Chiang Mai und dem Ding mit der Kälte hier, das ist so kalt, das kann ich mir nicht vorstellen. Was hier ist ja ausgegangen, habe ich vergessen, nochmal neu zu drücken, weil das geht ja nach einer halben Stunde aus, aber wir sehen das noch eine halbe Stunde, sind wir schon eine halbe Stunde? Ich weiß es nicht. Junge, Junge, jetzt scheiße mal gerade in die Hose, ehrlich, da reinzusteigen, in dem Fall kann ich verstehen, warum die vorher so HUB, HUB, HUB machen. Alter, das hier, wenn ich da nicht mehr rauskomme, ne, Dielak, sammut war Pomp, auch bei mir da in der Gattung, ne, die nun am Papa, na, samma, samma, pompenkängler, samma, sei na am Papa, na, samma, samma, sammkängler, alter, Schwede, da kriegst du jetzt richtig Angst, da muss ich mich sammeln in der Gatt, ne, Gatt hätte eh genug. 시 53 iht Patastension 8 20 20 15 31 21 23 24 21 20 Es ist kalt! Ja 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 Vielen Dank, Viensbog. Ich kann meine Hitbohulhe. Ich habe dir gesagt, es ist nett wie ich mir. Das muss nur, es kann nur gesund sein, Junge, das kann nur, es ist, der Schmerz war hier in den Beinen. Das war auch die kälteste Stelle jetzt an ihm, also unglaublich. Darling, du hast es gesagt? Meine Augen. Du kannst noch nicht sagen, nein, 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 nein. Du kannst noch nicht sagen, nein. Alter. Es ist viel, viel Eis wieder rausgeflogen, schade, irgendwie. Schade an das Eis. Was ist das hier? Wow. So, ich geh da noch einmal rein jetzt an. Aber es ist wirklich, die filmt mir nicht, mein Liebling, der filmt mir nie mit, ne? Es ist krass irgendwie, oder? Genau. Es ist krass, die Kamera zu erklären. Ich rede jetzt noch einmal rein. Es ist wirklich, ich bin raus, das war keine Übertreibung dieses, ich dachte echt die Beine, das war jetzt wirklich krass. Ich hole mal so ein Stockerle, du meinst eigentlich, ich glaube, das können wir so Vorfeile haben, ne? Aber jetzt wird's gar nicht k渴. Ja, das ist krass. Aber ich bin nicht krass, ich habe schon. Ich bin nicht krass, aber ich muss über das mal verraten, was ich war's. Ich habe meine, ich bin nicht krass. Das war's. Ah, scheiße! Ah, super! Ah, ja, ja, ja! Ah, ja, ja! Das sind wirklich die Beine. Super! Geil! Wahnsinn! Awesome! Fühlt sich an, dass ich einen Eisblüffel hier drauf hätte. Das habe ich aber nicht. Noch ein Tipp bei dir immer? Zu dir! Jens dabei, ich dabei immer! Jetzt noch nicht. Jetzt ist es vorbei! So, also öfters werde ich jetzt nicht hier reingehen. Hine? Mit mir hier? Mit mir hier, oder? So, mir gefreut mich, dass du bis zum Schluss jetzt mit dabei warst. Ich glaube, das drittes Mal gehe ich jetzt nicht rein. Es war tatsächlich, ich hatte das vorher nie so extrem. Da war ich ja mehr so in dem Brustbereich, wo ich eher so die Kälte... Na, auch in den Beinen, aber nicht so in den Füßen. Es war diesmal wirklich in den Füßen extrem. Und... Hälfte Eis, Hälfte Wasser. Ich schätze, das Wasser hat um die 0 Grad. Da ist richtig fett viel Eis drin, wie man sieht. Auch das, was rausgeschwappt ist. Ähm... Mach es nach! Auf alle Fälle empfehlenswert! Ich glaube, das werde ich jetzt wirklich machen. Ein, zwei Mal die Woche. Und nicht böse sein, dass ich mal kein Planschbecken gekauft habe. Bitteschön, ich kaufe mir das Eis dafür. Also, alles Gute! Ich freue mich, dass du mit dabei warst. Gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn du möchtest. Abonnier den Kanal, aber wenn du ihn abonnierst, nur die Schelle drücken. Und ansonsten, ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ich weiß, ich bin heute ein bisschen nackig. Aber trotzdem, es hat Spaß gemacht. Schön, dass du mit dabei warst. Servus und Vertraue.